Comic Animation programmieren mit Visual Basic VBA Excel oder D seltsam kennt sie Video, heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit wenig Code eine Comic Animation programmieren können. Hier als Beispiel, ein Dino und ein Vogel bringen einen Roulette Kessel zum Drehen. Den SoC-Code können Sie kostenlos im Forum, http.com, herunterladen.